Ja, war ich einmal und herzlich willkommen zu Dark Souls 2. Puh, habe ich da jetzt gebraucht. In dieser Skola irgendwas Edition. Edition, Edition, Edition Skola. Und ich glaube in dem Haus müsste jetzt da eine Typ unten drin. Kann das sein, dass der jetzt da unten steht? Was ich mit dem sprechen kann? Oder sollte ich das nämlich mal machen? Da schaltet nämlich eine Questreihe, glaube ich, frei. Ach, was heißt Questreihe? Es schaltet irgendwas frei. Wenn der da steht. Vielleicht steht er da. Er steht da. Hey. Okay, ich glaube, ich glaube, das ist okay. Das erste Licht brennt. Und ich glaube, wir müssen hier noch viele, viele Lichter brennt machen. Und dann geht er irgendwo hin. Und dann kann ich mich entscheiden, ihn zu töten oder einen anderen. Und dann bekomme ich seine Ausrüstung. Oder eben dieses andere. Das ist, äh, keine leichte Aufgabe. Aber es ist, glaube ich, machbar. Da weiß ich nicht. Dieser Schwung gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Der wiederum gefällt mir sehr. Hm. Hm, hm, hm. Nun gut. Na, was machst denn du da? Schild voraus links. Das wusste ich bereits. Die Frage ist, sind auch Gegner voraus links? Hat sich da etwas geändert? Na ja, Truhe, Truhe, Truhe. Das wissen wir doch alle. Da habe ich jetzt irgendeinen Boss... Achso, nee, beim anderen hätte ich gleich direkt zum Boss... Ja, 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 ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So. War der Schalter... ...da oben? Ja. Abkürzung voraus oder Leiter? Wuh! Was für eine Abkürzung? Was für eine Abkürzung? Von was spricht er? Moment, warum ist denn da schon wieder so ein Hebel? Was passiert, wenn ich da dran ziehe? Geht dann das Türchen wieder zu, oder? Kann ich nicht. Muss ich wahrscheinlich benutzen, wenn es zu ist. Alles klar. Zuversicht wird benötigt. Warum? Leuchtfeuer ist da gleich rechts. Ja, hallo, mein Freund. Hallo! Jetzt weiß ich, warum da Zuversicht... Oh. Und da sind jetzt... Oh. Okay. Tja, der Heide Knight. Sollen wir den gleich attackieren? Oder sollen wir erst mal das Leuchtfeuer aufsuchen? Ich glaube, wir suchen erst mal das Leuchtfeuer auf. In der Hoffnung, dass wir da an dem vorbeikommen. Oh. Das interessiert dich gar nicht. Okay. Alles klar. Oh. Da hast du mich jetzt erschreckt. Erschreck mich doch nicht so. Mann. Gut. Dann hier, Heide Knight. auf engstem Raum. Wow, 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 wow. Das ist mit dir nicht in Ordnung. Du bist ja... Du bist ja drauf, du. Der war drauf. Eie. Bist du jetzt aggressiv? Weil ich deinen Kumpel getötet hab? Okay. Das könnte... Könnte haarig werden, wenn ich mich da... Boah. Oh, wow, wow, wow. Au. Mann. Hör auf. So brutal. Okay, nein. Lass was fallen! Na, hat er nicht, hat er nicht. Mist. Tja, jetzt habe ich schon keine Flakons mehr, das ist natürlich hervorragend. Sehr feind. Ach Gott, du bist der, der nicht herkommt und uns halt blöde Schild die ganze Zeit. Aber sehr leicht kaputt gehst mittlerweile. Vielleicht ist er einfach nur, weil ich es kann mittlerweile. So, anmachen. Ich möchte den Platz haben in der Arena da unten. Da geht jetzt nämlich da unten rechts, wenn ihr dahin guckt, geht da was hoch. Und damit habe ich mehr Platz zum Kämpfen beim Bosskampf. Ich persönlich brauche das. Es ist nur die Frau, die Frau, die Frau, warum ich das jetzt mache. Drache? Seit wann? Seit wann gibt es da einen Drachen? Und warum reagiert er nicht auf mich? Komm schon, komm schon. Komm schon. Komm hierhin. Hierhin. Hier ist gut. Hier können wir kämpfen. Wir gehen aber auch leicht kaputt. Wahrscheinlich war ich noch nie so stark. Oh, zwei. Hm. Zwei. Ist eine zu viel, wenn ich ehrlich bin. Ach, das habt ihr aber vorher nicht gemacht. Was hat denn mit hier runter? Ja, schlecht. Na gut. Ganz schlecht. Okay. Jetzt sind sie halt alle wieder da. Au. Vergiss das. Oh. 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 mann 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 okay der heide dings ist auch nie und der ist auch wieder da und der dicke scheiße den früher musste man den nur einmal machen und der ist wirklich dachte ich dass der schwer wäre ist es ist es ist es nach wie vor ich hätte mir da nichts vormachen sind nichts vormachen jetzt muss ich nur wegen alles üben jetzt ein bleich stein was macht man mit einem bleich stein was er kann er das bringt schon mal gar nicht nein was kommt jetzt noch was ist hier was ist noch der wahre kampf beginnt übrigens möchte ich raus ja so nächste nächster ring jetzt ist er glaube ich schon dicht sich das richtig ist glaube ich dicht okay gut 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 flügel an sie voraus habe ich nicht in standard halten können keine flügel an sein das war das war eine lücke 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 das ist ja mal eine arschlochsposition da hat hat Aua! Wo kam denn der letzte Schlag noch her? Der kam unerwartet. Ah, Mann. Verbeiss! Ahh! Wo, 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 wo! Wo, 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 wo! Wo, 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 wo! Wo, wo, wo! Wo, 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 wo! Wo, 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 wo! Wo, 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 wo! Okay! Alles klar! Hab verstanden! Nicht mit mir hat er mal kurz gesagt. Nicht mit mir. Au. So. Nicht mit mir. Bleistein. Oh, das ging. Das ging jetzt gut. Das ging gut. Was steht denn eigentlich da unten an dem Dram? Raffet sehr feind, aber nicht hier. Die droppen bestimmt dieses ganze Heidezeug. Das machen die bestimmt. Fuck. Mann. Jetzt ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich den zuerst anschieße? Kommen dann alle? Jupp. Okay. Schlechte Idee. Okay. Oh. Okay. Drei Schläge, das hat ihr Futsch. Das ist ja toll. Muss ich nicht. Alter Ritter. Gut. Ich muss jetzt aber erst einmal da runter wieder und mein Zeug holen. Ja. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Äh. Bann, da werde ich da runter glauben. Knappes Ding. Wie immer. So. Der Dicke steht wieder da. Ah. 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 Klasse. 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 Aufgehoben und wieder tot. Das läuft. Das läuft richtig gut. Okay. Mann. Wer guckt denn hier zu? Wer schaut hier zu? Der Hodenhander. Frechheit. Sag da nicht einmal was. Was? Was sind die? Da sind die Leute. Hello. Hello. No. Ja. Nein. Nein. Ach schau. Kaum guckst du zu. Meine schönen 12.000 zählen. Mann. Es ist doch wirklich unglaublich. Okay. Aber ich nehme hier auch noch gleichzeitig auf. Und deshalb die Aufnahme muss ich jetzt beenden. Und sage Tschüss Aufnahme.